Wie soll dir jemand glauben, wenn du dir vielleicht selbst nicht glaubst? Wie soll dich jemand finden, wenn du selbst noch nach dir suchst? Ich kenne Alice, seit sie ein kleines Mädchen war. Sie war immer auf der Suche nach einem wahren Zuhause. Lauf, Alice. Lauf. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Once Upon a Time in Wonderland. Immer mittwochs um 20.15 Uhr bei Super RTL.